Der sitzt noch, ne? Der sitzt noch. Wolltest du auch, Henke? Nein, wollte ich nicht mehr. Du wolltest mit dem Fernrohr gucken. Gut. Na, was ist das jetzt? Wie viele sehe ich denn da so? Vier? Weiß ich nicht. Drei. Vier. Vier sehe ich. Aber der kann doch nicht nur dreckig sein, der muss doch so ein dunkles Gefieder haben. Das sind alles Junge, ne? Ja, das sind Junge mit dem dunklen Gefieder, ne? Nur der eine könnte ein älterer sein, der vordere. Der Linke? Ja, die haben alle noch keine roten Schnecken. Sind diese dunkel? Haben da auch noch keine roten Beine, ne? Ne, doch auch nicht. Ja, der erfadere. Ja. Und die anderen? Ne.